Han Heldschirm zurück zu Let's Play, die Sims 3, Dragomir und Latonya sagt mal wieder was dazu, warum sie sie nicht aufgenommen haben. Piep! Ja, Piep ist auch voll hilfreich, ne? Ja. Nein. Ähm, ich hab ein bisschen weiter gemacht, ich weiß nicht, ob ich das aufgenommen habe. Bis der Verzweiflung, ja, ich hab die liebe Cleo jetzt endlich zum Werwolf machen lassen, vom, äh, Lucan. Ja, traurig. Es ist schwer zu ertragen, wenn jemand, den du gerne magst, eine harte Zeit durchlebt. Irgendwann hat Knüpfung, ja, ich hab's, ja, er hat sie zum Werwolf gemacht. Uh, ja. Für volle Freude herstellen, oh, okay, das können wir machen. Erstmal hier. So. Zack, umfangs Wissen über diesen Style. Da, 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 da. Blablabla. Du trinkst erstmal einen. Lass mal's aufs Konsumnen, komm, mach. Er hat übernatürlichen Wesen. Oh, man, Leute, was hat immer übernatürlichen Wesen, ey? Ja, komm, wir kaufen denen jetzt mal einen Schaukelstuhl, oder? Wenn die immer einen Schaukelstuhl haben wollen. So, dann haben die einen beschissenen Schaukelstuhl geklickt. Oh, komm, John. Ey, was soll die jetzt alles funktionieren? Mond. Wo gehst du jetzt? Ach, du gehst jetzt auch mal hin. Ja, das sieht aus wie Pyjama, oder irgendwie so. So, jetzt pennen gleich alle, jetzt wird sie wieder langweilig. Latonia, was sagst du? Schlaf gut. Schlaf gut, ja. Schlaf gut, ja. Schlaf gut, ja. Oh, Gott, Latonia, hör auf zu singen, Mädel. Ach, nein, er liegt nicht so an sich selbst. Er liegt alleine im Bett. Er liegt alleine im Bett, und was hat mir ein Paarbeck geholt? Keine Ahnung, fragen mich sowieso ganz so. Boah, die mit ihren Schaukelstuhl, die sind so schaukelstuhlsichtig, ey, das ist der Wahnsinn. Schaukelstuhl. Ey, komm, Latonia, wir nehmen ein Schaukelstuhl, und dann schaukeln wir den ganzen Tag auf dem Schaukelstuhl. Boah. Ich krieg noch eine Paranoia, ey. Die alle von diesen Schäßschaukelstuhl benutzen, alle. Ich hätte ihn niemals holen dürfen, niemals. Wow, ein Vampir. Wegen sozialer Interaktion mit übernatürlichen Wesen. Wow, wow. Jetzt musst du aufs Klo malen. So, ba. Ach, du hast jetzt Hunger. Ja, genau. Wir haben ja auch geblieben, dass wir schlafen gelitten. So, wer hat Kochen am Niedrigsten? Du hast zwei als Kochen. Zwei. Eins. Nee, du musst aber nicht kochen können. Du hast Kochen gar nicht, brauchst auch nicht. Du bist immer wieder. Zwei ein bisschen. Zwei ein großes bisschen. Eins, ein kleines bisschen. Okay, dann wirst du nach dem... Ja. Frühstück. Essen. Handkuchen. 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 Aus. Ihr völlig unbekannten Gründen verspürt Cleo dran, plötzlich den Drang zu heulen. Oh, ja, Mann. Das wird doch immer besser. Oh, ja, wohl, ja. Wird ja immer besser hier. Das Leben ist so schön, weil es den Honig trunken hat. Mensch, du warst doch gerade auf dem Klo. Gehst du noch mal aufs Klo? Obwohl du gar keinen Haare dran hast. Ich hab nicht gesagt, fang an zu singen, Cakes. Weißt du, heute noch im Ali-Chat Chicken Wing? Das war lustig, der Chicken Wing. Aber Chicken Wing. Chicken Wing, das Schaf hat's echt drauf. Du sollst was sagen, lass uns ja nicht nur einmal amateurisch singen. Nein, ohne Arms Song. Ich darf aber was sehr bitten. Wir sind an einer Aufnahme, aber nicht an einem Singkurs, den du nicht mal mehr machst. Jetzt sag mal was. Sag mal, was sollst du mal ein Mikro dann gibt? Oh Gott, meine Ohren fliegen fort. Hey Leute, ich glaub, wenn ihr jetzt die Festgaben sehen würdet. Was sollen sie als nächstes machen, außer erst mal fressen gehen? So einfach. Na, das sieht echt schlimm aus. Ja, ich sag's auf YouTube. Soll ich noch ein Bild von machen oder was? Ich glaub, muss ich hören und mach, sag mal was gescheitest, kommentier mal mit. Ah, es geht gerade los in das Haus zu. Ja, von so einem schicken Fußboden, ne? Erstmal was essen. Wann wird sie zum Werwolf? Wann wird sie vom Werwolf? Wann wird sie zum Werwolf? Ich hab keine Ahnung. Wann ist meine Einstellung so leise? Ich hab keine Ahnung. Hey, guck mal, guck mal, das musst du dir jetzt anziehen. Guck dir das mal an. Ach scheiße, wenn die das trinken, dann geht das direkt durch die neue Knochenerloch. So, genau. Das sieht so geil aus. Alter, Verwalter, warum haben alle Hunger? Geld für die Wohlfahrtspenden. Ja, das kannst du mal machen. Das find ich gut. Jetzt gehen wir ans Rathaus. Rathaus. Geht das an der Schule? Wo kann ich denn das Geld spenden, bitte? Ja, bitte, was? Du hast ja doch dieses Outfit schon verpassen müssen. Ja, das ist ja auch ein bisschen besser. Ja, doch, was ist die Haltung des Outfit? Hast du eh gegeben? Ja, dann soll ich da bald schon mal. Ach so, du wirst nicht, dass du Sport machst, okay? Ist diesmal hier? Ja, aber ein bisschen Sport tut dir auch nicht gut. Ist so dick. Du tickst nicht mehr ganz richtig. Du hast einen Vogel. So einen gewaltigen. Zu dick. Diesen Raum da unten hat ich gestandet, ganz allein. Komm jetzt ab ins Fitnessstudio. Komm, wo war denn das schon heute? Außerdem da oben. Er hat noch eins hier. Wallo, wo ist das denn? Wo ist das denn? Nein, das war's nicht. Das war hier doch irgendwo in der Ecke. Was denn? Das Fitnessstudio. Da ist das Fitnessstudio. Wollen wir es noch fertig machen lassen? Gewichte stemmen. Du kochst dir was? Nein, du gehst jetzt kein Buch lesen. Nein, du gehst jetzt nichts lesen, verdammt. Du gehst jetzt die Blumen gießen. Der Garten braucht Pflege. Garten pflegen, Garten pflegen. Ne, ist ja auch Musik zuhause. Ich höre die bis hierher. Oh, scheiße, du bist ein Vampir. Du kannst das gar nicht machen. Hahaha. Scheiße, du fackelst in der Sonne ab. Ich habe ja ganz vergessen. Dann suche er eine Erinnerungsschäftigung. Ja, habe ich auch vor. Das mir ist umgefallen, Leute. Ja, wir haben hier so eine provisorische Standvorrichtung gemacht. Die, 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 die und ich. Sieht lustig aus, oder? Ey, kein Knochen. Was so aus, sondern was herrschen. Warum ist das drüber nicht gesteckt? Du wolltest mal annehmen? Ja. So, nehmen wir Tomaten und stellen da mal vor dir her. Elixir-Mischen, 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 und Alchemier-Schafstehen-Zäure-Zepte-Können. So, das ist ja erledigt. Pause wird beenden. Hier gibt es mal. Hier. Jetzt weiß ich es langsam mit Tomaten, ja. Yeah! Yeah! Peace, Mom! Peace! Oh Gott, wir haben sie doch nicht mehr alle. Can't touch this. Feuerkursionszauberwirken? Nein. Can't touch this. Kontakt zu Vampirkämpfen? Nein. Ein Feuer ist auf dem Graben, Badenwind? Nein. Junge, du willst Sunny werden. Du musst logisch denken, ey. Ja, wir haben noch eine knappe Minute und die werden wir jetzt auch mal sinnvoll nutzen. Das ist ein Let's Play. Also, Antonia, was sagst du zum Thema Schach? Magst du den Sport eigentlich? Nee. Warum nicht? Ja, das ist so gut. Willst du dumm bleiben, oder wat? Nee, aber ich bin nicht der Kippe Schach. Gott, ich war mal in einem Schachkurs, ey, Leute. Ja, das ist nicht der Schicht. Ich war nach dem Schach gekippt. Und ich hab sie jedes Mal fertig gemacht. Hehehehe. Das war nicht mehr. Das war sehr fair. Ähm, was ist er erstellen? Äh... Glasvolle Misstrakt? Sieh uns zu einem anderen zum einen kleinen Dosierungsstörung. Nein, wir sind gute magische Menschen. Ich würde voll aufvollständig. Komm, sieh, du gehst jetzt Schach spielen. Wer? Unser lieber Wladimir. Neee... Schach, hü. Schach, hü. Neee... Ach, du machst gar nichts. Dann gehst du jetzt mal deine Kopffähigkeit verbessern, indem du mal jede Menge Essen kochst. Die Zeit ist um, Leute. Ich drück auf Pause.